Am 16.08.2023 um 14.48 Uhr wurde die Polizei Bonn von Zeugen zu einer verdächtigen Person zum Hauptbahnhof alarmiert, die sich mehrfach im Gleisbereich aufgehalten hat. Sie wurde angetroffen. Es stellte sich heraus, dass sie psychisch auffällig ist. Sie wurde durch einen Nodas in die LVR-Klinik eingewiesen. Im Einsatz waren ein Funkstreifenkraftwagen, ein Nodas-Einsatzfahrzeug und ein Rettungswagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.